Wir sind jetzt im Kupferstichkabinett der Hamburger Kunsthalle und aus der Schublade nehmen wir ein Blatt. Selbstbildnis mit Fisch, eine Zeichnung von Max Beckmann aus dem Jahr 1949. Pinsel in Schwarz über Kohle, etwa 58 x 45 cm groß. Dieses späte gezeichnete Selbstbildnis Beckmanns entstand während seines Aufenthalts in Boulder, Colorado inmitten der Rocky Mountains, wo er als Dozent wirkte. Der eine Zigarette rauchende Künstler präsentiert sich, dem Kopf aus der Rückenansicht dem Betrachter spontan zugewandt, mit einem Cowboyhut auf dem Kopf und einem großen Fisch in den Händen. Das große Auge des in die Höhe gehaltenen Fisches, der seit den 1930er Jahren zu den elementaren Symbolen der Bildwelt des Künstlers gehört, korrespondiert dabei mit den blitzenden Augen Beckmanns. Der Künstler ergreift energisch den in früheren Gemälden meist als Symbol der Seele gedeuteten Fisch und blickt ihm buchstäblich ins Auge, als wolle er damit seinen nach der Übersiedlung in die USA neu erwachten Lebenswillen demonstrativ zur Schau stellen. Dieser Wille zu einem neuen künstlerischen Schaffen spiegelt sich auch in der furiosen Pinseltechnik wieder. Mit kraftvollen, dynamischen Pinselstrichen legt Beckmann ein flirrendes, vom Schwarz-Weiß-Kontrast lebendes Gitterwerk über seine Erscheinung, das eine unglaubliche Vitalität zum Ausdruck bringt. Max Beckmann wurde am 12. Februar 1884 in Leipzig geboren. Er ist am 27. Dezember 1950 in New York City gestorben.